Musik 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 icamente Musik dreaming MALIK I am aête of foodie The first shock of it Ich bin ein Sahel, die eine Partnerin ist, The 12th Floor. Erstmal, mein Name ist sehr gut, The 12th Floor. Ich denke, es ist sehr unterschiedlich und sehr unterschiedlich. Natascha ist meine Freundin. Ich hatte sie in meiner Freundin's Lounge. Wir sind in touch. Ich bin sehr glücklich, dass sie ein Teil von etwas ist. Denn sie wollte etwas über die Zeit machen. Ich bin hier, um zu geben und zu einer Honest Review an ihr Lounge. Wie viele Leute haben Sie gelernt? Nein, ich habe viele Zeit gelernt. Ich habe mich sehr stolz darauf, dass ich mich nicht mehr so gut fühle. Ich habe keine Möglichkeit, dass ich in die Kitschein gehen kann. Ich bin in die Komfort Zone gegangen. Aber ich habe mich nicht mehr in die Komfort Zone gegangen. Ich habe mich nicht mehr aus dem Komfort Zone gegangen. Ich habe das zum Beispiel gemacht. Ich habe viele Sachen gemacht. Wie ich habe ein Rotei gemacht. Ich habe zwei, drei, drei Ich habe zwei, drei die Alkohol und Pasta gelernt. Ich will die Sachen, die ich als ich mag, ich werde das machen. Ich werde das alles machen. Ich werde das alles machen. Vielen Dank. Ihr habt auch die Farbe aus dem Ausfluss. Ich habe das auch gefeiert. Ja, ich liebe Black, deshalb habe ich in meinem Outfit geblieben. Wir haben eine Dress oder eine Gowne geblieben. Ich habe gedacht, dass ich etwas anders bin. Das ist so, dass ich eine Spagetti und Panns bin. Es ist einfach, aber es ist sehr heiß. Es ist sehr heiß. Ich habe alle diese Dinge in mir geblieben und ich bin mein Stylist. Ich habe die Party-Mode. Ja, das ist ein Party-Mode. Wie viele Leute sind in der 12-Floor und Club-Mode? Ich bin sehr viel Spaß. Ich bin sehr froh, dass mein Freund Subeid ist. Ich bin sehr froh, dass wir einen guten Ort haben. Ich bin sehr froh, dass viele Sachen in der 12-Floor sind. Ich bin wirklich sehr froh. Wie viele Leute sind in der Restaurant-Lawrence? Wie viele Leute sind in den Food und Essen? Ich denke, ich bin sehr froh, dass ich ein Fasten und Essen bin. Ich bin sehr froh. Ich bin sehr froh. Ich bin sehr froh, dass ich die Musik sehr froh. Ich bin sehr froh. Ich bin sehr froh, dass ich meine Musik mache. Ich bin sicher, dass es so schön ist. Ich bin sehr froh. Ich bin sehr froh, dass ich das mit einem riesigen Outfit bin. Das ist ein Ausput. Ein Party-Leute? Ich bin sehr froh. Ich bin sehr froh, dass es ein Spring-Leute ist. Ich bin sehr froh. Ich bin sehr froh und ich bin sehr froh. Ich hoffe, dass ihr auch noch gerne möchtet. Ich bin sicher, dass ich mich sehr interessiert habe. Du hast einen Blick auf die Kamera gehalten. Ja, ich bin echt gut. Ich bin so heiß, dass ich so heiße, ich bin so heiß und so auf die Zeit zu stehen. Ich glaube, ich habe auch einen schönen Tag. Das ist ein schöner Gefühl. Das ist so. Es ist so, dass jeder jemand wissen, was ich möchte, oder was ich möchte, oder was ich möchte, was ich möchte, was ich möchte, oder was ich möchte, aber ich bin sicher, dass alles gut ist. Ich bin sicher, dass ich das alles gut finde. Ich denke, dass ich alles gut mache, Ich bin sehr in Ordnung. Ich bin sehr glücklich. Ich bin sehr glücklich. Wie viel es ist es? Es ist ein Day des Celebrations. Es ist ein Restaurant, es wird natürlich ein Party und ein Celebrations. Und es wird ein gutes Essen. Wenn Sie gehen, dann kann ich gehen. Bis zum nächsten Mal.